Wird ein Prozess durch Schrittketten gesteuert, kommt es zu Situationen, bei denen der Anlagenfahrer tätig wird. Das kann bei manuellen Schritten, Handsteuerung oder gar beim Eingriff in den Ablauf der Schrittkette der Fall sein. Hier im Beispiel liegt eine Bedienanforderung vor. Wenn wir dieser Folgen gelangen wir in das Bedienfenster der Schrittkette. Hier können wir das Erledigen der Aufgabe bestätigen. Im oberen Teil des Bedienfensters befinden sich die Elemente zum manuellen Steuern der Schrittkette, wie pausieren, wieder anlaufen oder stoppen. Im Detailbereich kann in den Ablauf der Schrittkette eingegriffen werden, zum Beispiel zum Weiterschalten von Transitionen oder zum Setzen eines neuen Startschritts. Natürlich sind Bedienungen der Schrittkette nur mit Berechtigung möglich. Mit SIMATIC PC7 haben Sie Ihre Schrittkette in jeder Situation im Griff.